Ich seh einen. Auf 230. Du wisst ja was das dümmste überhaupt ist Wenn ihr eine Ansage für ein Video machen möchtet Aber euch danach auffällt in der eigenen Kamera Dass ihr gerade mit eurem hellen Labrador gekuschelt habt Und mir das aber jetzt gerade völlig egal ist So liebe Freunde die Hunde werden bitte ignoriert an dieser Stelle Willkommen zu einem neuen Video Heute gibt es wieder ein schönes editiertes Highlight aus dem Stream Ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß Wenn es euch gefallen hat am Ende Daumen nach oben da lassen Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren Viel Spaß Das wäre so geil Ich hätte richtig Bock drauf Aber ich gönne es auch den anderen Ich hoffe dass es irgendwie ein deutsches Team schafft Ähm aber die Lobbys sind so stark Es sind so viele starke Teams dabei Ja Und wenn du mit den early in den Fight kommst Kannst du immer mal ein Fight verlieren Und machst dann irgendwie Raute 14 oder so Das kann immer passieren Mhm Vor allem bei 20 Teams Das sind ja nicht diese Standard 16er Lobbys Das sind 20er Lobbys Ne 20 Teams und die Stucked sind Das ist echt heftig Das ist halt wirklich heftig so Das kann halt alles passieren Ich habe niemals eine Fünferwaffe Bep Naja Aber dann können nicht nur wieder Nuiden Sondern das kann glaube ich jeder Hier oben wird ja wahrscheinlich in Zuckel gehen Du hast halt Ja hier jetzt nicht Ich weiß nicht ob das auch um Nein nein Entschuldigung hier Ungefähr Das denke ich wird jetzt die neue Zone sein Ey ich habe immer noch keine Fünferwaffe getrunken Ich meine wenn viel Wasser drin ist Dann wollen wir mal die Zone ist jetzt hier so Ja Kannst du davon ausgehen Das hier direkt am Wasser endet Kann passieren ja Aber Wasser fällt in der vierten Zone raus Ist die SKS oben oder unten? Zu 100% Äh Gute Frage Danke Hat irgendwer irgendwo mal eine Ska oder so gefunden? Nö Ich habe eine Ska L irgendwo mal am Anfang gefunden Aber ich weiß nicht mehr wo Aber warum sage ich das denn eigentlich dann? Keine Ahnung Kein Scope, kein Boot Ich habe keinen Bock mehr Kann ich einen Zweier geben Brudi? Ich habe einen Dreier Nice Ich habe keinen Scope Ich habe einen Zweier Wir haben hier absolut kein Boot Wir können schwimmen Mann Keine Scopes, keine Boote Keine einfachere Regel Fahrzeug 70 Na rip Den können wir wegbillern Ja Den können wir auf uns zu Ey cool ist gerade noch ein Boot Das ist kein Scheiß Er schießt halt zurück Aber er Ich sehe einen Jetski Kriegt der was? Ja Kann schon mal zwei rüber Sind wir 100% sicher? Kommen wir da sind an der Bahn hier Drei Zwei Autos Ein roter Datschland und ein U.S. Okay Dann haben die da eventuell gehalten Geiler Sieht ein Jetski Ist so man Geiler Das sind zwei Drops im Wasser Was soll das denn? Ja Und wir kommen da nicht hin Ja Alex Darf ich mir einen Darf ich mir einen him snacken? Ne du darfst das nicht Das ist verboten Oh! Fuck! Kann ich auf zwei Bölle an? Jetzt erstmal rüberkommt Ja da sind welche am Drop Er geht auf den Drop drauf Wie dumm war das denn von ihm? Du schießt ihn doch ab? Ja der ist wieder runter gegangen Er hat schon zwei Hits Einer noch Jo Wo war er? Ah der Der ist tot Weiter tot Beide down Na einer Da ist noch einer Wo ist der genau? Hinter Hinter Wir brauchen das Boot Ja ich hol das Pass bloß auf ne Ich schwimm schon mal Leute Ich geb Feuerschutz Ja ich war ganz einfach Ich komm mit Ich geb auch Feuerschutz Lol So die alter Alter Ich loote die eben ja? Ja ja Nimm auf jeden Fall die Nein nimm uns doch jetzt bitte erst mit Und dann können wir zusammen looten Verdammt nochmal Ok Alles gut Ich wollte hier nicht am Strand gammeln So alle einsteigen So alles war fertig Tschüss Captain Mein Captain Woll ihr mit? Ja ich möchte Ein Ropp Dann kannst du gerne fahren Digga Kommt man hier hoch? Meine ja Ich hoffe Meine ja Ich bin drin ACP brauchst du nimmeln Ach hast recht Danke für den Hinweis Nette Menschen Fühlt Climbing Ja Also ich hätte Sully reported ne Fürs Entenschießen Aber willst du außen rum fahren? Gleich in die Zone fahren Ja direkt in die Zone Ach da ist ne neue Zone Ja dann nimmt uns mit wir haben kein Boot mehr Achso Ihr habt das gestrandet oder was Also halt vielleicht gehen wir's in oder? Ja komm ne 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 Ich schwimm lieber schon mal raus Bevor ich da reinfahre Achso wir nehmen das Extended Mac Ja To be honest To be honest Wenn man's hat ist okay Aber man brauch's Wird nicht aus wie du Boot hinter uns oder? Ja Boot hinter uns Die kommen jetzt hier landen Ja versteckt euch hinterm Stein Die wollten hier nicht Die wollten hier nicht hin Die wollten weiter fahren Fangen weiter ja Oh die haben so gut hits ne Boah Ja die wollen da hinten Wollen nach links über links Einer ist da hinten Einer ist hinter dem Boot Ja die sind rennen dann mal weg von euch ne Ja ja die laufen hier oben Ach scheiße Ja die zocker ist Wir können die hier vorne abfangen eigentlich Juhl Wirst du die im Wald anfangen? Dann Rechts in ne? Ach dann laufen wir mal ne Runde Aus Westen wird definitiv auch noch was kommen Die laufen gerade Open Field ne? In den Wald rein Ja ich seh's Für die hinten drin Oh das war Hinter uns Nicht schlau hier zu schießen Hinter uns ne? Deswegen war's nicht schlau hier zu schießen Über 90 Grad ne? Oben vier Motorrad Einer noch Und down Hatte der da vorne AK-Bullets? Äh nein Der M249 hat er nur gehabt Hinter uns Auto Unter das Auto Seh ich Richtung Strand jetzt Ja ich brauch nämlich 5 Ammonie Ich hab nur noch 91 Der kommt zu dir ja ich seh den Der müsste eigentlich schon Der Heim schon Ich wollt grad sagen Ungehalten Ran 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 Down insta War das nur einer? Ja Außer Military schießt jetzt Wir gehen in den Wald Wo sind da so die her? Äh 3 20 laufen welche An den Zaun Am Zaun Am Zaun direkt Wir werden auch angeschossen Seh ich seh ich seh ich Ich hab auch einen gesehen Die haben sich dahinter gelegt ne? Ja die werden von mehreren Seiten aber beschossen jetzt Über uns aufpassen Das ist ne Leiche ne? Ok können wir auch unten rein Wir müssen die an der Mauer da töten ne? Ich hab zweimal die Straße gesmoked Very nice Ich hab leider nur eine Smoke noch What? Rechts von uns einige Nades So Ok da seh ich keinen Du musst uns hier rechts ran pushen An den Tower Ach an den An den äh Ist nicht in der Zone ne? So fuck it Und das äh vor allen Dingen Äh die Silos können wir übernehmen Äh und da ist was Da ist was auf jeden Fall Auf rechts hier ne? Oh ja Habt ihr gehört die Nades? Mein Fahrzeug ist ins Problem Habt der Habt der Ja Ich seh hier keinen Hier sind auf jeden Fall welche drinne Kommt seid hinter mir Leute Ich seh welche Auf 305 noch sehr weit 200 Meter Got it Instant Nein da ist noch einer Nicht hier Linke Seite Hab ihn hab ihn Sorry Komm rein Komm rein Komm rein Hinten noch einer OMP OMP Hinten drinnen Und lauf Oh Er geht genau in den Weg rein Ich hab keine Smoke mehr Nein Nein wir werden alle sterben In einem Berg rechts von uns Ja seh ich Seh ich seh ich seh Äh Bei 75 noch Gegner an dem Erb Minus 1 kills Tut mir leid Leute Hier vorne sind Gegner bei Orange Boah Das ist auch nie wieder Instant kill wenn er sie gestallt Ei der Witzker Uh Lol Instant gespottet Down Sauber Da ist aber noch einer Oder? Der liegt da ne Ne der ist tot Down Doch sauber Noch zwei Bei 4 und Ja warte 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 Ich bin nicht Am Flugzeug hat ein Hit Sind die letzten beiden Ja Will er nämlich anschliessen Sind beide am Flugzeug Ja beide am Flugzeug Einer links Einer rechts Ich hab eine Smoke Will mich anschliessen Ja ich krieg mich jetzt vor Ja ich krieg mich jetzt vor Seh die ich seh die Oh mal flügel ja So weit glaube ich ne Ist zu weit glaube ich ne Mhm Und rechts am Flugzeug Unten rechts am Flugzeugträger Ich seh den ich seh den Der andere ist runter gesprungen Ja Rechts im Open Field An der Zone direkt Bin ich in der Zone ich kann jetzt gerade nicht gucken Ja du bist in der Zone Alles gut Der rennt zu mir der rennt zu mir direkt vor mir Hat einen Hit Hat einen Hit Zwei Hits Ich seh nicht mehr was er macht Hat sich hingelegt Zwei Hits Jawoll Boom Sauber Boah alter das war aber auch ne Odyssee Mit Teamkill So liebe Freunde das war's Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Bei Sudi könnt ihr selbstverständlich Genau wie bei Miller Als auch beim unglaublichen Rock Vorbeischauen Deren Streamlinks mit denen ich gespielt habe Ich selbstverständlich Unten in die Videobeschreibung gepackt Ach ja bevor ich das komplett vergesse Gestern ist ein sehr sehr spezielles Video Wo mein Hund quasi auch die Hauptrolle spielt Hochgekommt Das könnt ihr euch dann selbstverständlich auch mal anschauen Das habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt Klickt drauf Ist mal was anderes Finde ich aber persönlich Sehr sehr geil Wenn es euch gefallen hat Gerne einen Daumen nach oben Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video Haut rein Euer Buddy Und die Hundehaare Selbstverständlich die Hundehaare Alt